Ey nicht als Gamer-Attack sondern als Clown-Attack Das ist bescheuert Das ist bescheuert Ach so das wollte ich gestern abends angucken aber jetzt nicht alle gefickt Wie ist das so Kann einfach nicht sein Ja Es kann einfach nicht sein Es kann Nein Nein Jungs Hört auf Ey Ich meine Süßchen wird reiß Digga Höhlenzern wird reiß Dann bist du bescheuert Ich Wommer 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 Kommt Wommer Deutsch Wommer 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 ja das ist ja genau so wird es passieren dann wird es passieren gib ihm dran gib ihm dran nötchen der kreis das spielte ne und neu gestartet ist ja einfach 2. minuten yes aber für mich sind sie eine stunde vor ich hab seine mutter gefickt er hat mich mit dem sucher gemacht dega und dann bin ich rausgekommen und hab ihn noch geholt also ohne scheiß so zu spielen mit dem perfekten sucher alter da muss ich los alter oh ich geh 5 zu 0 komm dega ich bin 1 vor scharfschützen ach drohne aus vorräte ist schon bisschen lag komm raus als scharfschützen lässt ist draußen alter leute das läuft scharfschützen lässt beschwingte protokolle schüssen auf ihrer feuerposition ich war immer hin schimpf ich wist schwer die reife ab nächste drohne ich stehe 8 zu 0 zack Vorräte ich habe einfach zwei scharfschützennäste geholt und schieb 13 zu 0 oh mein gott nein nein ein suchermine eine suchermine ich fahr 30 vor scharfschützennäste eine suchermine ey ey ne digga also ne also ne das kannst du nicht erzählen ich habe wieder 30 vor meinem zweiten scharfschützennäste und diese verfickte suchermine ey ne ey ne 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 also ne doch noch mal noch mal eine suchermine ich bin hier mit reiß alter ja ich stehe 15 zu 2 ich stehe 15 zu 2 weil zwei suchermine mich gefickt haben die können nicht die gegner alter ja also ich finde meine pannung schon schmack kaputt ist ja ne du bist bescheuert warum habe ich keinen kampf hier die eigene fangt alter warum bin ich so dumm ich erreiche so oft scharfschützennäste und auch weiter hinaus kommando kampfhubschrauber über mir in die luft ja machen wir am kaffee und zwei drohnen alter so gefällt mir das doch alter münchen münchen ja deine mutter alter das habe ich nicht gesehen hatte ja 75 vor drohnen komm an champion digga digga 75 vor drohnen und ich guck auf radarn weg geholt alter digga die runde war so nice und dann kam der hühnchen mit reis das hühnchen mit reis ich bin schade ich bin schade ja ne wenn der nicht kriegt ich fang an zu kotzen komm an bereit für nachschub ja ich bin schade da ist es 2-0 endlich ich bin schade eigentlich jesus ding eigentlich drohnen in der luft und startet überwachungsoperation kampfhubschrauber auf meine position verbündet das eigentlich einstelliger offline kassionszeit bei 50 prozent vorräte auf standby komm an bumsnudel alter takt 5 geladen nein scharfschützen ist einsatzbereit scharfschützen ist schon wieder also ich weiß nicht was mit mir los ist aber die runde läuft gerade nein feindliche hellstorm entdeckt der luftraum ist voll keine aufgabe nicht ausführen danke 2 0 zur halbzeit kommando bringen sie einen drohnen in die luft der luftraum ist voll keine aufgabe nicht ausführen feindlicher kampfhubschrauber nähert sich feindlicher kampfhubschrauber nähert sich feindlicher kampfhubschrauber nähert sich schweil alter hüte mit 3 ja sag mal wieder schweil 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 Kotz im Streuern Kennt ihr das, wenn ihr so Achterbahn seid oder so? und dein Infarkt und eure Eier haben dieses komische Gefühl, kennt ihr das? Wenn du so Achterbahn bist oder so und deine Eier haben dieses komische Gefühl wenn es so hoch und runter geht oder so, das heißt, ejakuliert Kennt ihr das? Kennt ihr das? ähm, meinst du dieses eine Geflügel, dieses Digga, ich will unbedingt diese Runde klippen, Alter, aber ich kann irgendwie nicht ich weiß nicht ich möchte die eh nicht hochladen werden, aber scheiß, was für dich was? 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 die Vielen Dank.